hallo heute gibt es mal eine neue art videos von mir und zwar habe ich mir gedacht ich mache diese woche mal so eine art video tagebuch ein vlog und lasse ich mal eine woche lang zuschauen was ich sonst so mache wenn ich keinen youtube mache und ihr könnt mich einfach mal durch den ganz normalen alltag begleiten ihr werdet mich bei unterschiedlichen tätigkeiten sehen wie er das aus meinem kanal kennt jetzt sicher viele puls videos dann auch geben oder organizing das habe ich jetzt einige zeit schon nicht mehr gemacht weil es einfach eine zeit sachen gab für unboxing videos und sein vlog ist vielleicht eine gute gelegenheit da mal wieder mehr zu zeigen ihr werdet mich aber auch beim arbeiten sehen ich arbeite ja von zu hause aus am pc und wenn das wetter gut ist dann nehme ich euch auch gerne mal mit raus ich war ja gerne rat auch im winter von den temperaturen ist es jetzt nicht mehr ganz so kalt allerdings hat es heute nacht wohl wieder kräftig geregnet wie man sieht daher ist das mit dem radfahren heute eher mal nichts aber ich hoffe auf gutes wetter und dann nehme ich euch gern mal mit raus jetzt erst mal das bett gemacht und dann startet bei mir jeder tag mit einer tasse kaffee kei Musik Da ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit viel Post zu verschicken habe, habe ich hier natürlich auch entsprechend Versandmaterial. Ich habe euch ja schon mal ein Video gezeigt, in dem ich diese Schubladen hier organisiert habe. Es ist einigermaßen noch gut sortiert. Hier haben wir die ganzen Briefumschläge in verschiedenen Größen. Und hier oben, ja da ist schon wieder ein bisschen Chaos ausgebrochen, sehe ich gerade. Aber es ist dennoch einigermaßen geordnet. Hier habe ich meine Stifte und sämtliche Klebefilme und Druckerpatronen, Notizzettel, alles was man so braucht. Und unter meiner Arbeitsfläche am Schreibtisch ist dann auch nochmal eine Schublade. Die ist auch nochmal voll bepackt mit sämlichen großen Kuriers. Und jetzt müssen diese Sachen natürlich alle noch richtig versandfertig gemacht werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020